Die Woche steht ganz im Zeichen der Xbox One und damit herzlich willkommen zur ersten Geek Week der Kalenderwoche 33. Mein Name ist Klaus und das sind unsere Top News. Microsoft hat ein Unboxing-Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, auf dem, wer hätte es gedacht, die Xbox One ausgepackt wird. Im Video kann man gut sehen, was dem Gerät alles beiliegen wird. Unter anderem ein Mono-Chat-Headset, ein 4K-HDMI-Kabel sowie das externe Netzteil. Bei der im Video ausgepackten Xbox handelt es sich um die Day-One-Edition der Spielekonsole. Dieser wird in einer speziellen Verpackung ausgeliefert und enthält einen sogenannten Day-One-Edition-Controller, der ein Achievement und ein D-Pad in Chromoptik mitbringt. Außerdem gab Microsoft bekannt, dass nun doch nicht zwingend deren Bewegungssteuerung Kinect an der Xbox angeschlossen werden muss, damit die Konsole funktioniert. Bisher hatte der Hersteller betont, dass die Konsole nur funktioniert, wenn die neue Version der Kinect angeschlossen ist. Nach dem Abschaffen der DRM-Maßnahmen ist das das zweite Mal, dass Microsoft in Bezug der Next-Gen-Konsole zurückrudert. Aber das war noch nicht alles. Es gibt Spekulationen, dass die Xbox One erst 2014 erscheinen könnte. Laut der Webseite GameReactor.eu wird die Konsole wohl in einigen Ländern verspätet auf den Markt kommen. Grund sind Probleme bei der Lokalisation der Kinect. Ein Marktstart in Deutschland sei wohl nicht betroffen. Microsoft selber schweigt bisher. Stellt sich nun die Frage, wird es eine Xbox ohne Kinect zu einem günstigeren Preis geben und was viel wichtiger ist, wird die Konsole noch dieses Jahr auf den Markt kommen? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Bleiben wir direkt mal bei den Next-Gen-Konsolen. Irgendwie macht Sony mit der PlayStation 4 alles richtig, wobei Microsoft genau das Gegenteil tut. Um Spieleaufzeichnungen bei der Xbox One möglich zu machen, wird ein kostenpflichtiges Abo bei Xbox Live Gold vorausgesetzt. Fans der PlayStation 4 wollten nun wissen, ob eine PlayStation Plus Mitgliedschaft nötig ist, um Spieleaufzeichnungen mit Freunden teilen zu können. Shuhei Yoshida, Präsident der Sony World Wide Studios und zuständig für First-Party-Spiele von Sony, versicherte gleich mehrmals über Twitter, dass dieser Dienst weder für das Mitschneiden noch das Veröffentlichen von Spielszenen notwendig sein wird. Die PlayStation kann die letzten 15 Minuten eines Spiels mitschneiden, die dann mit Freunden geteilt werden können. Bei der Xbox One sind es, trotz kostenpflichtigem Dienst, lediglich 5 Minuten. Ich würde einfach mal behaupten, das ist ein klassisches Oooooooood. In den letzten Tagen gab es massig News zur neuen Grafikkartengeneration von AMD, wobei in den Wochen zuvor der Informationsfluss ja eher zäh war. Verschiedener Meldungen zufolge wird AMD seine neue Grafikkartengeneration am 25. September in Hawaii vorstellen. Ein Release wird für einen Monat später erwartet. Weiterhin soll die neue Grafikgeneration noch in 28 Nanometer gefertigt werden. Die Graphic Core Next wurde aber von AMD weiter stark verbessert. Die neue Architektur soll laut Semi Accurate in sämtlichen Produkten vorhanden sein. Andere Quellen berichten, dass die neue Architektur nur in den High-End-Modellen der neuen Grafikkartengeneration vorbehalten ist. Alle anderen Modelle würden nur auf eine leicht überarbeitete Version der aktuellen Grafikkartengeneration basieren. Im chinesischen Forum Chip Hell ist ein Screenshot aufgetaucht, welches das Ergebnis eines 3D-Mark Firestrikes zeigt. Dieses soll von einem Qualifikationssample stammen, das auf Volcanic Island basiert und mit 4860 Punkten sogar Nvidias Boliden Titan schlägt. Im selbigen Forum sind auch Bilder zu sehen, die das angebliche PCB einer Grafikkarte aus der neuen Generation und die dazugehörige Pressebox zeigen. Fuzilla soll Indes erfahren haben, dass das Topmodell der neuen Grafikkartengeneration in einem Preisbereich von 549 bis 599 Dollar liegen soll. Sollten alle Gerüchte stimmen, dürfen wir uns auf eine neue Grafikkartengeneration von AMD freuen und den Preiskampf zwischen NVIDIA und AMD in eine neue Runde bringen. Blizzard ist zu diesem hier ganz schön in Add-On-Stimmung. Es gibt Hinweise darauf, dass auf der Pressekonferenz von Blizzard nächste Woche auf der Gamescom eventuell das nächste Add-On zu World of Warcraft angekündigt wird. Blizzard sicherte sich nämlich das neue Markenzeichen The Dark Below in Bezug auf Computer-Game-Software Downloadable from a Global Computer Network. Gut möglich, dass sich der Titel auf das mittlerweile fünfte Add-On bezieht, an dem Blizzard definitiv arbeitet. Des Weiteren eröffnete der Erfolgsentwickler eine Teaser-Webseite auf der offiziellen Diablo-Anlaufstelle. Viel gibt der Teaser nicht her, doch als Titel wurde Reaper of Souls gewählt, während folgender Satz in der Mitte zu lesen ist. Death at least shall spread its wings over all. Dabei handelt es sich um ein Zitat aus dem Book of Tyrael. Ob die Webseite wirklich mit einem Add-On zu dem Hack'n'Slay-Spiel in Verbindung steht oder etwas mit der anstehenden Konsolen-Version zu tun hat, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht genau sagen. Wird auch endlich mal Zeit, dass ein Add-On zu Diablo 3 herauskommt, stellt sich mir nur die Frage, wo bleibt das PvP und wer zockt eigentlich noch WoW? What the fuck? Der Imperator aka Darth Sidious aka Senator Palpatine lebt noch. Wie nun die Webseite Jedi News vermeldet hat, soll Ian McDiarmid, der den Imperator und bereits in allen Filmen außer Episode 4 mitgespielt hat, im neuen Film wieder mit am Start sein. Dass ein Jedi nach dem Tod als schimmernder Geist weiterlebt, ist uns bereits bekannt. Nun soll aber in Episode 7 ein Machtwender wieder auftauchen, der für die dunkle Seite steht und das ist niemand geringerer als der Imperator selbst. Gut möglich, dass Palpatine einen Weg gefunden hat, im Jenseits weiter zu existieren. Aber nicht nur Palpatine könnte sein Comeback feiern, denn Ray Park alias Darth Maul scheint Interesse zu haben, erneut im Star Wars Universum aufzutauchen. Müssen wir wohl abwarten, ob das alles zutrifft, aber was mit Sicherheit zutreffen wird, ist, dass Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill auf jeden Fall für Episode 7 bestätigt sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf Episode 7. Freut ihr euch auch? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Und das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein mit der ersten Geek Week für diese Woche. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen hoch, besucht unseren Kanal und besucht uns auch mal auf Facebook. Das war es hier von mir. Ich gehe mir jetzt nochmal die paar Teile in den Kopf pressen. Haut rein! Das war es hier von mir.